grüße euch leute zum neuen video mal wieder kommt hier geld in die dose 20 euro schon geknickt habt ihr schon letztes mal danach noch mit dem kugelschreiber reingestopft ab geht's drin ist es ein kanal der sich mit dem thema spielsucht befasst verlinke ich in der beschreibung falls jemand interesse daran hat ansonsten lasst euch von dem video bitte nicht anfixen jetzt ist sowieso sind die spielhallen erstmal für einen monat zu trotzdem zur unterhaltung tue ich dieses video hochladen und ja natürlich auch ein paar cent zu verdienen aber das ist nicht viel ansonsten macht's gut viel spaß mit dem video wie gesagt besser zu hause bleiben fünf spiegeln er hat angefangen mit frau spiegel 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 so durch freie spiele angefangen noch mal noch mal da habe ich kein geld habe guck ich ja jetzt musst du glück haben richtige maschine richtiges spiel richtiger einsatz komm 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 kommookie sam Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 jetzt verlängerung oder jetzt das hier unterringen ja bei dem spiel schon aber gut, schon alles erlebt puh 1x2 2x2 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 2x3 chaffee 23 3x3 8x3 Mit 4 Euro? Mit K? Ich hab's nie gesehen, noch nie gesehen. Komm, 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 komm. Guck mal, hier ein Pferdrenner bei einer Linie. 400 Euro. Alter. Jetzt soll mal eine Verlängerung rein. Wenigstens mal drei Pferde. Immerhin, immerhin. Könnte auch immer nur einen machen. 64 Euro. Das ist einfach mal. Alter. Noch mal. Noch mal. Mal gerade ausschalten hier. Wahnsinn. Mal gucken. Schon wieder. Alter da oben der Spiegel. Ich brauche Verlängerung. Hauptsache Verlängerung. Ja, oder viele Pferde. Drei wäre ja schon mal ein Anfang. Alter. 13 Euro. 6 Spiele. Vorbei. Krasses Ding. 23 Euro. 23 Euro. Jetzt hau wieder die Verlängerung rein. Nix. 26 Euro. 1 Euro. Okay, könnte ja was. Jetzt auf eine Euro. Frau. Ah. Ah mal. 4. Ah, drei reicht schon. Okay, zurück. Ja. Ja. Sehr schön. Da man da man. Da man da man. Ja. Komm, 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 komm. Ah. Wow. Ich denke, man muss gut festkommen. Wow. Ja, er macht diese 200, die er hatte. Ja, für ein bisschen mehr. Ja. Eine Dame gibt er nicht. Also die Tussis. Aber gut, dass er hinten überall 2 und 3 und 5 gemacht hat. Ja. Oh, Verlängerung. Komm schon. Er will ja nicht mehr machen. Er macht nichts mehr. Ah, das ist so schön, im Bad zu sein. Ja. Das ist erstmal Euro weiter. Ein bisschen wenig. 100 Euro für 20 Spiele auf 1 Euro. Na ja. Nur auf 20 Cent. Einfach so mal gespielt. So mal schauen. Ah. Ah. Schade, schade. Oh, okay. Ja. 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 Spiele aus. Wir haben schon... Ah... Und, ja. Machen wir 1 Cent? Nein. So, 50,60. Mal gucken. Auf Wiedersehen.